Nachdem Mario Maker 2 ein kleines Comeback auf meinem Kanal gefeiert hat, holen wir ihn jetzt gleich noch einmal zurück und zwar für eine kleine, aber feine neue New Super Mario Bros. U-Mod. Und zwar für RESTED Super Mario Bros. U! Deluxe! Coole Ideen. Ich habe da schon so einen Mini-Trailer gesehen, der sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und natürlich dürfen... Wait a minute! Dann würde ich mich sehr über einen Like bedanken wollen und ja, vielleicht entschließt ihr euch sogar, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir die 1,5 Millionen Abonnenten dieses Jahr noch schaffen. Da gibt es noch einige, die den Kanal nicht abonniert haben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nun auch noch hier dazu kommt. Und jetzt starten wir mit Wild Woods und Grape Wine Group. Wir können alle, glaube ich, ein bisschen mehr Grün in unserem Leben vertragen. Deswegen sehe ich das jetzt für den momentanen Winter im Real Life nicht als zu starken Kontrast. Also an sich schon, ja, aber für die Seele, glaube ich, dann doch etwas sehr Belebendes. Aber das, liebe Freunde, war erst der Anfang. Brüht euch einen Kaffee, Kakao oder Tee auf und genießt die neue Folge for Razzed. Super Mario Bros, see you... Deluxe! Oder hier! Ähm... Kommt da ein neuer? Gut. Jetzt muss... Jetzt muss ich aber warten! 2000 Jahre später. Oh, das ist auch sehr knapp, weil wenn er in der Wand spawnt, dann verreckt der Stern. Aber meint er jetzt auch ganz hoch? Hätte man ja theoretisch... Was ein beschissener Random-Tot. Ich bin schon mal raus. Bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen, Liken, Kommentieren und Abonnieren für mehr Mario. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich bin schon mal raus.